Die Ölminister der OPEC-Staaten, die in Wien zusammengekommen sind, haben noch keine Entscheidung darüber getroffen, um wieviel der Ölpreis nächsten Mittwoch. Video fertig. Ja? Okay. Er hat vor fünf Minuten das Haus gesagt. Sagen Sie ihm, wenn er einkommt, soll er ihn machen lassen, was er will. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Video. Ist die drei klar? Hallo, Raul. Mach den Platz frei. Den 13 OPEC-Staaten ist es bisher noch nicht gelungen, sich über die Ölpreiserhöhung zu einigen. Saudi-Arabien ist... Wie viel Zeit haben wir noch? Um neue Direktiven seiner Regierung einzuholen. Er kehrte erst gestern Abend. Ich gebe wieder zurück ins Studio. Läuft, Howard. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass die Zeiten mies sind. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Es herrscht Depression. Viele sind ohne Arbeit oder haben Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Der Dollar ist keine fünf Cent mehr wert. Banken gehen pleite. Geschäftsleute haben eine Waffe unterm Ladentisch. Verbrecher machen die Straßen unsicher. Es scheint niemanden zu geben, der weiß, was man dagegen tun kann. Wir wissen, die Luft, die wir einatmen, ist vergiftet. Genauso wie die Lebensmittel, die wir essen. Wir sitzen zu Hause im Sesselsee entfernt und lassen uns von irgendeinem Ansager erzählen, dass es heute 15 Morde und 63 Gewaltverbrechen gegeben hat. So, als ob das ganz normal wäre. Wir wissen, die Zeiten sind mies, schlimmer als mies. Sie sind verrückt. Es ist, als ob überall alles verrückt geworden ist, sodass wir gar nicht mehr rausgehen wollen. Wir sitzen zu Hause und langsam wird die Welt, in der wir leben, immer kleiner. Und wir sagen nur, bitte, lasst uns wenigstens hier in Ruhe in unserem Wohnzimmer. Lasst mich meinen Toaster haben, meinen Fernseher, meine Stahlgürtel reifen. Dann sage ich auch nicht, lasst mich bloß in Ruhe. Ich werde euch aber nicht in Ruhe lassen. Ich will, dass ihr wütend werdet. Ich will nicht, dass ihr protestiert oder Krawalle veranstaltet oder eurem Kongressabgeordneten schreibt, denn ich wüsste nicht, was ihr ihm schreiben solltet. Ich weiß nicht, was man gegen die Depression tun kann, die Inflation gegen die Russen und die Verbrechen auf den Straßen. Ich weiß nur, dass ihr erst einmal wütend werden müsst. Ihr müsst sagen, ich bin ein menschliches Wesen, verdammt noch mal. Mein Leben hat einen Wert. Also, ich will jetzt, dass ihr aufsteht. Ich will jetzt, dass ihr alle aufsteht, einer wie der andere. Ich will, dass ihr sofort aufsteht, zum Fenster geht, es aufmacht, den Kopf raussteckt und schreit. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich lasse mir das nicht mehr länger gefallen. Ich will, dass ihr sofort aufsteht. Die Kamera soll weinbleiben. Die Kamera bei ihm bleiben. Macht es auf, steckt den Kopf raus und schreit. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich lasse mir das nicht mehr länger gefallen. Dinge müssen sich ändern. Wie viele Stationen senden das live? Über 69. Es gibt es nur nur, ich bin nur unter Plan. Ich lasse mir das nicht mehr länger gefallen. Dann werden wir überlegen, was wir gegen die Depression, die Inflation und die Ölkrise machen können. Aber dazu müsst ihr jetzt die Chance nutzen. Geht zum Fenster, steckt euren Kopf raus und schreit und brüllt. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich lasse mir das nicht mehr länger gefallen. Mit wem sprichst du, Herb? CCG Atlanta. Schreien Sie in Atlanta, Herb? Schreien Sie in Atlanta, Ted. Aber zuerst einmal müsst ihr wütend werden. Ihr müsst sagen, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich lasse mir das nicht mehr länger gefallen. Sie schreien in Bittenrums. Steht auf, steht auf. Das ist super. Wir sind auf eine Goldnader gestoßen. Na los, los. Geht zum Fenster. Macht es auf. Steckt den Kopf raus und schreit. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich lasse mir das nicht mehr länger gefallen. Vorwärts, steht auf. Jetzt steht schon endlich auf. Geht ans Fenster. Wo willst du hin? Ich will mal nachsehen, ob jemand schreit. Macht es auf. Steckt den Kopf raus und schreit und schreit und schreit. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich lasse mir das nicht mehr länger gefallen. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich lasse mir das nicht mehr länger gefallen. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich lasse mir das nicht mehr länger gefallen. Hallo, bitte. Hallo, bitte. Hallo, bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020